Musik Motorsport zum Anfassen, das war das Motto der World Series bei Renault. In Oschersleben machte die Serie am vergangenen Wochenende ihren einzigen Halt in Deutschland. Neben den Rennautos des Renault Formel 1 Teams waren auch Fahrzeuge verschiedenster anderer Klassen zu sehen. Mehr als 60.000 rennsportbegeisterte Zuschauer kamen in der Motorsport Arena Oschersleben aus ganz Deutschland zusammen. Bei wechselhaftem Wetter konnte man neben schnellen Autos auch Einblicke in die Fahrerlage und Boxengasse erhalten. Interessiert verfolgten die Besucher das Schrauben der Mechaniker an den Rennboliden. Insgesamt fünf Rennserien bildeten an diesem Wochenende das motorsportliche Programm. Die Fahrzeuge, die man auf der Rennstrecke sehen konnte, gibt es auch in stark abgespeckten Straßenversionen. Es geht los bei einem Clio Sport mit zwei Liter oder mit drei Liter sogar mit 190 bis 260 PS oder dem Megane Sport mit 224 PS. Und genau diese Fahrzeuge können Sie auch beim Händler bestellen. Und das heißt eben serienmäßig tauglich für Straßenzulassung und so weiter und so fort. Aber ansonsten von der Motorisierung her also identisch wie die, die in der Rennserie laufen. Der Veranstalter, Renault Motorsport, hatte dieses Event so geplant, dass die Zuschauer keinen Eintritt zahlen mussten. Riesenrad, Parkplätze und Begrüßungspaket waren inklusive. Ganz nebenbei wurden der 1998 von Juan Pablo Montoya an der Formel 3000 aufgestellte Rundenrekord vom Polen Robert Kubitschka in einer Minute elf praktisch pulverisiert. Dem immer größer werdenden Wunsch der Kundschaft nach getunten Fahrzeugen versucht man auch im Handel gerecht zu werden. Da sind wir auch schon über einen längeren Zeitraum dran. Das heißt, wir haben einen geschulten Mitarbeiter, der sich im Tuning-Bereich spezialisiert hat. Das heißt, wir bieten nicht nur Fahrzeuge von der Stange an, wie man so schön sagt, sondern auch individuell ausgestattete Fahrzeuge. Sprich von Kitsätzen über sportlichen Design, über zum Beispiel aber auch in das Neueste, was wir mittlerweile machen, ist auch im Gasbereich. Fahrzeuge umstellen auf Gasbetrieb und so weiter. Also beide Varianten, sportlichen Bereich und auch das tägliche eben, diesen Gasbereich, der immer mehr zunimmt. Die Renault Megane-Trophy war eine der Höhepunkte der Veranstaltung. In dem dichten Fahrerfeld von über 30 Fahrzeugen kam es zu spannenden Positionskämpfen. Mit besonders großer Erwartung startete das Team Racing for Belgium, das am Sonnabend beim Qualifying ein gutes Rennen fuhr. Mit der Poolposition und einem zweiten Platz im Qualifying bin ich sehr glücklich. Für das Rennen müssen wir schauen, da es wahrscheinlich regnen wird. Ich hoffe, wir können erster bleiben. Seit 1999 bin ich schon mehrere Mal in Oschersleben gefahren und ich mag diese Strecke wirklich sehr. Nicht ganz so gut, lief es für seinen belgischen Teamkollegen Jan Heulen. Es war ein schwieriger Tag für mich. Ich konnte nur einen dritten und einen sechsten Platz im Qualifying herausfahren. Darüber bin ich nicht wirklich glücklich. Heute Morgen hatten wir ein Problem mit den Bremsen, das haben wir allerdings gelöst. Ich hoffe, dass wir heute ein gutes Rennen fahren. Am Ende schaffte es Heulen nur auf Platz 6 im Rangklassement. Dagegen konnte Cesar Campanicio am Sonntag seinen ersten Sieg der Saison aus der Pool nach Hause fahren. Michael Ammermüller rollte im Formel Renault 2,0 Euro Cup bei dem World Series von Renault wieder auf Erfolgskurs. Obwohl es phasenweise ganz schön eng wurde, zeigte der Jenser Pilot in Oschersleben einen lupenreinen Startzielsieg und hat allen Grund, mit seiner Leistung zufrieden zu sein. Auch im nächsten Jahr hoffen die Betreiber der Motorsport Arena, dass dieses Event ein zweites Mal in Oschersleben Halt macht. Und mit Ihnen hoffen die Zuschauer. Untertitelung des ZDF, 2020